Moin, Johannes hier und Vault 622 wird bewertet mit 91 Prozent. 130 Grundquark, Note A-, und es ist wieder ordentlich was los. So ein Spiel nach der Art, wie Bethesda hier Fallout Shelter gebaut hat. Das ist einfach was, was dann in so kleinen Wellen verläuft. Immer wenn man eine Weile nicht auf seinen Vault aufgepasst hat oder eine Weile nicht da war, dann gibt es, wow, jetzt habe ich mich fast hier gefangen, dann gibt es eben erst mal wieder ein bisschen was zu tun. Hier gibt es ein paar Dueler, die aufgelevelt sind. Schicken wir die mal wieder zurück in ihre jeweiligen Arbeitsgebiete, damit sie da segensreich wirken können. Und wir haben hier 33 Bewohner im Moment, aber einen, der auch noch zusätzlich bei uns einziehen möchte. Und zwar ist das hier Judith Anderson. Nichts weltbewegendes, sie hat immerhin was an. Klingt jetzt komischer als es ist, aber wer die Fallout Shelter-Folgen hier in diesem Let's Play gesehen hat, der wird wissen, was das bedeutet. Kommt aber unbewaffnet, von daher mal rin mit ihr. Vielleicht können wir sie hier bei der Wasserversorgung einsetzen. Oder wir packen sie zum Radio, packen wir sie hier mal in die Intelligenzschiene. Und zurück ist Chelsea Hancock, dessen Waren sammeln wir mal ein. Holen ihn dann erstmal rein, um ihn gleich, ähm, na komm her, äh, bleib doch da. Um ihn gleich erstmal zu heilen, Red Away und Stimpack. Das wird seiner Stimmung sicher gut tun. Und dann kann er Perception nutzen hier. Blablabla, Radar Attack. Oh, da kommen sie mit drei selbst zusammengebastelten Schwert, dann würde ich mal sagen. Jetzt hatte ich ihn gerade noch hier. Könnte er eigentlich direkt wieder zum Verteidigen gehen. Ist, äh, ja, ist ordentlich bewaffnet, aber ich hatte ja einen Victory Rifle. Das kann ich ihm ja dann am besten in die Hand geben. Schau mal. Ob er da auch zum Kampf kommt. Nein, sie laufen einfach an ihm vorbei. Äh, komm mal hier runter. Dann kannst du sie da unten erwarten. Wer ist das? Hier ist Stuart. Heather Stuart. Kann jetzt die übrige Waffe eigentlich benutzen. Mal schauen, ob sie sie zum Einsatz bringen kann. Ich würde auch gerne eine Quest ausrüsten, aber das würde jetzt wahrscheinlich im Moment nicht gehen. Ähm, blum, 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 ja. Ein bisschen abwarten und Tee trinken. Es hat es gerade so aus, als hätte sie einem von denen das Schwert abgenommen. Das ist aber nicht so. Wo ist sie jetzt auch? Es hat sich niemand gefunden. Da kann, glaube ich, auch niemand direkt drin sein. Und dann kommen sie jetzt gleich in der Lappion. Kommen sie jetzt gleich in unseren Wasserraum. Da sind schon alle mit gezückter Waffe drauf vorbereitet, dass sie gleich in die Raider kämpfen dürfen. Und endlich kämpft auch mal jemand. Das finde ich ja schon mal ganz vernünftig. Wenn dieser Ton dabei nur nicht wäre, das würde die Sache schon deutlich angenehmer gestalten. Aber gut. Lass mit euch. Ich mache hier mal ein bisschen Platz in der Ecke. Der erste Raider. Und die zweite Raiderin. Raiderin. Ja, und ich glaube auch der dritte ist gleich. Hopps, genau. Ja, 561 Kronquaken habe ich. Experience für alle. Genau, und der Blab. Energie können wir noch ein bisschen nachschieben. In 15 Sekunden kommt da neue. Das ist also in Ordnung. Ja, ich wollte hier unten nochmal Essen nachbauen und gucken insgesamt, was ich so an Möglichkeiten habe. Ich könnte eine Waffenproduktion aufziehen. Outfit Workshop ging sogar auch schon. Das heißt, vielleicht verzichte ich tatsächlich erstmal auf das Essen da unten und baue erstmal den Waffenworkshop bzw. muss natürlich auch erstmal hier mein ehemaliges Team hier zurückholen. Holen wir sie mal einzeln zurück. Äh. Ah, okay. Das Geld habe ich glaube ich nicht, um den dritten im Monat zurückzuholen, richtig. 37 Kronquaken, genannt Geld. Das ist im Moment nicht aufzubringen. Mal schauen, ob ich irgendwo eine halbfertige Aufgabe habe, mit der ich das vielleicht schaffen kann. 6 Outfits craften. Äh, Schwangere kann ich erzeugen. Das ist gar kein Problem. Da können wir ja jemanden zusammenbringen, der vielleicht mehr Interesse hat. Mit dieser Junge, da haben sie es gleich ganz aufgeregt losgelaufen. Ist sie denn hier auch fix in dem Raum? Ja, sie wartet schon auf ihn. Gott, dann können wir an der Aufgabe arbeiten. Und da dann auch ein bisschen was bei verdienen. Allerdings keine Kronquaken. Können aber ja wiederum in dieser Lunchbox, Lunchbox, dann Kronquaken drin sein. Ähm. Ja, wie kriege ich die glatzköpfig? Mal überlegen, gibt es da vielleicht noch einen Trick? Wenn es kein Essen gibt, dass ihnen die Haare ausfallen oder so. Aber das kann ja nicht das, das Ziel sein. Ja, weiß ich auch nicht, wie ich das quasi befeuern sollte. Ich gucke mal hier eben nach dem Glück meiner Bewohner. Graham kann gerade nicht geheilt werden. Hier Stuart, Heather Stuart, Rosie Hancock, Kenneth kann nicht. Also, soweit sind die alle ganz gut in Schuss. Gucken wir mal, wer nur Pausen macht. Megan Hancock braucht Arbeit. Und zwar wäre die eigentlich jemand, die mit ihrer Stärke, da haben wir sie, nein. Jemand, die mit ihrer Stärke hier unten in der Energieproduktion tätig werden könnte. Im Moment sehen die Waren, die Grundwaren echt auch ganz gut aus. Genug Nahrung da, das war ja schon länger kein Problem mehr. Aber auch genug Energie und genug Wasser. Ähm. Und gehen wir hier mal zurück. Keine Ahnung, warum das so pulsiert. Vielleicht, weil ich jemanden tot unterwegs habe. Nicole Hicks, nächste Kandidatin. Perception oder Stärke. Nehmen wir mal Stärke. Soll sie mal am Kraftwerk hier mitarbeiten. Ähm. Und jetzt fehlt dann auch gleich wieder Energie. Vielleicht mal den unteren hier rushen, den nicht ganz so gut gefüllten Energieraum. Und dann gucken wir hier oben, der Status ist auch gerade fertig geworden. Also sind wir jetzt erstmal mit Energie gut versorgt. Fast 300 Einheiten haben wir davon. Und ähm. Leider aber nur 80 Kronkorken. Oh. Ich kann gerade auch keine Kronkorken kaufen. Nicht, dass ich sie jetzt gewollt hätte, aber ich kann sie jetzt auch nicht. Ist ja auch mal gut zu wissen. Der Bethesda.net-Service ist dafür offenbar Voraussetzung. Allerdings angenehmerweise nicht für Spielen. Also ich kann tatsächlich hier jetzt ja ganz normal, ähm, mich in meinem Wort bewegen. Und kann hier auch, ja, vermutlich Quests ausrüsten. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen wollen. Eine Quest. Was hätte ich denn da an, ähm, wo steht das denn hier? Ich habe nur sieben Stimpaks und vier, äh, Radaway. Kann ich hier vielleicht mehr Stimpaks bezeugen. Waschen wir mal den, den Raum da unten. Nimm dieser Krimnekach. Manchmal wieder gefällt. Das war in der letzten Folge schon so nervig. Und die Morrowoffs-Ratten natürlich auch noch die schlimmsten von denen, die einem da so unterkommen können. Schauen wir mal, ob wir hier was anziehen können, übrigens. Irgendwas, was bei Intelligence hilft. Sieh nicht so aus. Ja, für die Perception-Leute habe ich da ein bisschen was. Zum Beispiel hier unten diese Dame, Kimberly-White. Keine Perception steigern für die Wasseraufbereitung. Und, ähm, na, jetzt geht's aber rund hier, auflevelmäßig. Die haben alle schon was an. Gut, dann bleibt's dabei erst mal. Hier oben geht's hoffentlich auch voran. Du, 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 du. I saw a doctor who said my body is deficient in Vitamin U. Also hier fehlt das, äh, Vitamin D. Ja, ich glaub, da geht was. Wenn ich das mal so sagen, da glaube ich, dass da was, dass da heute noch was voran geht. So, jetzt können wir erst mal die ganzen Opfer dieses missglückten Rushes äh, sanieren. Ich versuche nochmal den Rush. Ah, fällt schon wieder. Ich hatte 30% Gefahr und, äh, 43% und es fällt zweimal, also. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht so hoch. Wer möchte, darfst du in den Kommentaren ausrechnen, aber das ist... Ich musste eigentlich echt nicht, dass das zweimal schief wird. Jetzt schießt halt auf die blöde Ratte da. Auf die Kakerlake hier, jawohl. So, haben wir sie jetzt. Yo, Experience für alle. Huuu, Party! Und 53% Gefahr. Ich rush hier so lang, bis das einmal funktioniert. Geht doch. So, das Problem ist die 4, äh, Stimpacks von den 4 sind, wie ich jetzt gerade durchs Rushen gewonnen habe, habe ich 3 gleich gebraucht, um die Crew gerade wieder zu sanieren. Nach dem ersten missglückten, äh, Versuch. Bringt mich also nicht so richtig weiter. Ich habe immer 163 Kronkorken und Rushen bringt ja auch zusätzliche Kronkorken. Das, äh, ist tatsächlich einer von den Wegen, auf denen man ein bisschen Kronkorken farmen kann. Äh, rushen wir mal hier. Ist das jetzt direkt, was er bräuchte? Äh, more red. Also die sehr nervigen. Aber es sind alle 6 bewaffene, alle 4 bewaffene, wunderbar. Hier sollte das ja hoffentlich relativ zügig zu erregeln sein. Yo, Experience für alle. Und hier hat auch nochmal die Essensproduktion gewirkt. 171 Kronkorken stehen mir im Moment zur Verfügung. So, wollen wir uns mal noch mehr essen. Ist total unsicher, es zu rushen eigentlich. Weil wir hier schon komplett volles Lager haben. Aber ich wollte jetzt die Kronkorken mal abstauben. Und dann können wir hier sicher auch mal jemanden wieder einrücken lassen in unsere Muckibuden, damit sie sich in ihren Fähigkeiten verbessern können. Radio Studio hier. Gary Hicks hat schon für ordentlich Zuwachs gesorgt. Ich glaube, 3 von unseren 34 Bewohnern kamen über das Radio Studio. Das sieht man ja immer schön an diesem Icon hier, an diesem grünen, dass er jemanden angelockt hat mit seiner Radiosendung. Ich weiß nicht, was er sendet. Ist vielleicht auch besser so. Aber in seiner postaprolyptischen Welt kann man wahrscheinlich mit ungefähr jeder Radiosendung auf Zuspruch stoßen. Es wird nicht so viel Auswahl geben. Und es wird vor allem immer ja auch das Zeichen sein, da ist jemand, der mich quasi aus dem Ödland retten kann und wo ich mich möglicherweise in einem Vault verstecken kann. Und da sind wir in Vault 622 auch wirklich gastfreundlich. Wir haben sie alle aufgenommen. Wir haben sie alle integriert. Und manche von denen pflanzen sich hier sogar in unserem Vault fort. Was wollt ihr mehr? Ja, gut. Dann ist das ein Stand, mit dem ich erstmal aufhören kann. 90% Zufriedenheit, 34 Bewohner. Das haben wir gesteigert. Die Zufriedenheit haben wir gehalten. Die Rohstoffe sind da. Wir haben ein paar Kronkorken verdient und wir haben zwei von unseren drei Entdeckern aus dem Quest wiederbelebt. Das werden wir in der nächsten Folge fortsetzen. Wir werden dann hier unten nochmal weiter ausbauen und dann geht es weiter in Fallout Shelter. Bis dann. Ich freue mich wie immer über Daumen hoch, über ein Abo und ansonsten dürft ihr einfach weiter gucken. Auch ganz schmerzfrei. Bis dann. Ciao.